Hallo, herzlich willkommen zu katholisch in Haltern am See. Heute aus dem Josefshaus. Beim letzten Mal hat mein Kollege die neue Cafeteria im Krankenhaus vorgestellt. Heute einmal aus einem Pfarrheim. Denn Räume gibt es auch hier. Räume zur Begegnung, die vieles ermöglichen. Etwa Musik spielen. Hier und an vielen anderen Orten unserer Gemeinde treffen sich in den Pfarrheimen Chöre und hier auch das Orchester von Sankt Sixtus. Der Kantorei an Sankt Sixtus. Musik ein wichtiger Bestandteil dieses und der anderen Pfarrheime. Aber es gibt noch weiteres. Hier an den Tischen hätten eben noch Kommunionkinder sitzen können. Sie waren gerade hier im Haus mit mir, um sich auf die kommende Erstkommunion in Sankt Sixtus vorzubereiten. Doch viel häufiger nehmen hier jüngere und äntere Menschen Platz. Denn der Mittagstisch wird hier gedeckt. Sie kommen, um miteinander die Suppe zu teilen. Oder die Mahlzeit, die Ehrenamtliche aus der Gemeinde für sie zubereiten. Das gemeinsame Gespräch ist dabei genauso wichtig, wie das eine warme Mahlzeit bekommen. Dazu und zu vielem weiteren in den Pfarrheimen sind Menschen immer wieder eingeladen, um miteinander als Schwestern und Brüder zusammen zu sein, Leben und Glauben zu teilen. Ihnen eine gute Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017